Ich habe Götter fliegen gesehen. Ich habe gesehen, wie Männer Waffen bauen jenseits meiner Vorstellungskraft. Ich habe gesehen, wie Aliens vom Himmel fallen. Aber ich habe noch niemals so etwas gesehen. Was verbergen sie noch? Haula! Wir sind zu Hause. Mein Sohn, deine Zeit ist gekommen. Du musst entscheiden, was für ein König du sein willst. Ich bin immer cool. Darauf habe ich mein ganzes Leben gewartet. Eine neue Weltordnung. Ich brenne alles nieder. Was jetzt passiert, bestimmt das Schicksal der restlichen Welt. Die Revolution will not be televised. Black Panther. Black Panther.